Warte, aber Sky UAC, einfach UAC in Skywars, weil dann möchte ich mich wirklich aus dem Fenster schmeißen. Ich irgendwie sowas, ich weiß nicht, Favo. Jörg, schreibt mir übrigens auf Twitch und Instagram Folgen, auf Twitch stream ich jeden Tag. Ey, Bad Bro. Und auf Instagram seht ihr Daily Stories und wir sehen uns dann im Video, halt dann Peter Barnes, go. Und fahren wie in UAC? Und fahren wie in Skywars. Wenn das der Sinn ist, dann fresse ich den Besen. Dann fang mal an den Besen zu fressen. Jo, Freunde, jetzt komm, heute bei Danny auf dem Kanal. Wir spielen heute den neuen Modus auf GOMERD.net, und zwar Sky UAC. Und zwar geht es darum, dass wir UAC spielen, Speed UAC mäßig und Farms und Stuff. Und danach spielen wir auf einer Skywars mit Skywars mit unserem Stuff hier. Jörg, meine Minecraft sieht so grau aus, ne? Ist die zu depressiv aus, Alter? Hä? Bin ich dumm? Ah, ich, ja, ja, Favo hat sich alles geklärt. Ich wundere mich, warum mein MC so grau aussieht. Das ist das Pack. Ich hab's abgefahren, glaube ich. Spiel, es funktioniert so. Du baust Items an, wenn du die Items abgebaut hast, dann verkaufst du deine Items, ein Schwert an, ein Schwert an. Wenn du die Schwert hast, machst du gute Arme. Und wenn du deine Arme hast, dann machst du gute Arme. Und dann hast du hier, wenn du hier, dann hast du hier. Weil weh, das fängt jetzt so an, dass du irgendwie wirklich auf eine Skywars runterfallen kannst und alles. Bitte nicht. Wir werden wahrscheinlich auch eine Insel spawnen, ne? Junge, dann kannst du halt einfach in Skywars auch einfach legit stinkt normalen, mehr OPs da freien tun. Dann hat sich alles auch wieder gegessen von dem Thema her. Du hast halt hier keine Schneebälle und so, außer du farmst halt wenigstens. Ja, aber dafür hast du hier eine Angel. Macht doch eine Unterschiede, ob Angel oder Schneebälle, oder? Naja, für Range ist halt Angel besser, ne? Aber keine Ahnung. Ja, Junge, ich seh jetzt schon wieder, wenn mich einer mit seiner Angel viel zu mal in der Luft trifft, bevor ich überhaupt den Boden berühren kann. Aber ich weiße falsch von mir. Melonen-Ghulen war ich hier. Melonen-Ghulen, wahrscheinlich Melonen. Jiga, das kann so nicht weitergehen, Daniel, ich schwöre es dir. Ja, aber es wird leider so weitergehen. Und noch genügend Gold, ne, oder? Das ist Sky-UHC. Jiga, da kannst du jetzt Skywars einfach machen mit Kisten von UHC. Dankeschön für nix, komm, hd. Und das war auch ein ganz geil, ganz wilder Modus. Ja, hast du eine Rod? Ja, hab ich. Kannst du mir auch eine geben? Ich hab nur eine. Dann haben wir einen Problem. Aber Retalk, den Modus verstehe ich jetzt auch nicht so. Ich auch nicht. Das ist halt einfach nur Caven und dann Skywars. Lass mal rübergehen. Keine Blöcke mehr, yo. Das ist doch so dumm, weil du willst doch schnelle Skywars-Runden haben und nicht so unendlich lange, wo du halt so fahren willst. Eben, Faro, komm rüber, hä? Ich kann nicht rücken. In 5 Sekunden, 5 Sekunden. Achso. Ja, Faro, dann komm her zu mir. Du musst zielen. Wir sind tot, ich hab kein Heel. Ne, Faro, wir sind nicht tot. Du bist nur das, was du isst. Und zwar, ich esse einen Melonen-Ghulen jeden Tag gegen morgen. Lass auf den mit dem Zauberhut. Jo. Ey, Faro, der hat 17 Äpfel. Ja, ich hab selber. Mach's schon. Sorry, nur du. Nice, man. Skywars, ihr was gelobt. Nice, man. Ey, yo. Ich mach jetzt K.O. mit meinem Golem-Melonen. Läuft. Ja, Mann, ich weiß jetzt auch nicht. Alle gefickt. Faro, das ist der Nächste. Der ist weggeflogen. Ey, mach mal. Hast du Schab 3, 4? Ich hab Schab 3. Okay, dann scheiße. Guck mal, die Waterfighten da schon wieder. Ich krieg Aids. Ja. Faro, weißt du, was die jetzt nicht mehr machen? Hä? Die machen jetzt das Gegenteil von einem Waterfight. Die machen den Todesfight. Was? Okay. Wo bist du? Da, wo ich immer bin. Und weißt du, in der Mitte nur ein Enchanter, VTF? Ist der Letzte da unten? Jo. Ja, das ist Safe and Skywars, Aze. Pass auf, Danny. Ja, nö. Der hat da unten noch Wasser platziert. Ja, ja, Digga. Das ist Waterfight, you. Also, bitte nicht. Ich glaube, der ist tot. Nee, nee, ist er nicht. Der wird gleich sterben. Jetzt ist er tot, oder? Ich hab ihn, ich hab ihn, Gap. GG. GG, man, you gave F*** pro Fly. GG, man. GG, man. This was a F***. Simply Raul, man. If you did enjoy this video, leave a like and comment. Faro has a big finger. Und ja. Faro, end. Irgendwelche letzten Worte? Hab ich mir gedacht. Und das war's. Tschau.